Battlefield 6 könnte bereits im Mai enthüllt werden, es gibt jede Menge Infos zu Videospielfilmen und Evo ist jetzt Teil des E-Sport Angebots von PlayStation. Das und mehr gibt's jetzt in den News. Und ich hab direkt zu Beginn mal wieder meinen großen Topf aus der Gerüchteküche mitgebracht, mal sehen, was da heute so mit drin ist. Na sieh einer an, Battlefield 6. Das soll den Informationen des bekannten und oft gut informierten Insiders und Gamespeed-Journalisten Jeff Grubb im Mai enthüllt werden, wie er im Freitag im Zuge eines Livestreams verriet. Auf eine Frage aus dem Publikum, wann das nächste Battlefield angekündigt werde, antwortete er, im Mai. Die Dinge sind noch im Fluss. Noch haben sie nichts öffentlich angekündigt, aber meinem Verständnis nach peilen sie wahrscheinlich Mai an. Bereits am Anfang des Jahres sagte Electronic Arts, dass DICE in ihrem Zeitplan weit voraus seien und das Spiel noch im Frühling präsentiert werde. Auch unsere Experte Phil Elsner hat bereits eine Prognose gewagt. Er schätzt den Reveal von Battlefield 6 auf den 6. bis 14. Mai ein. Mehr dazu gibt's auf GameStar.de, den Link zum Artikel findet ihr in der Videobeschreibung und hier oben in der Infobox. Die erste Staffel der The Last of Us-Serie wird wie das erste Spiel um Joel und Ellie, aber eigentlich nicht. Das erzählte Game Director Neil Druckmann im Interview dem Magazin IGN. Er sprach darüber, wie er und Showrunner Craig Mason an die TV-Adaption herangingen. Allerdings wird es kleinere und größere Abweichungen geben, je nachdem, wie wichtig einzelne Details seien. Fokus sei der philosophische Kern der Reise von Joel und Ellie. Ob sie auf dieser Reise das gleiche Holzfällerhemd und das gleiche rote T-Shirt tragen werden, sei weniger wichtig. Manchmal bleibe man ziemlich nah an der Vorlage, sagte Druckmann. Es sei witzig, seine Dialoge vom Spiel in den HBO-Skripten zu sehen. Und manchmal entfernt man sich weiter von der Vorlage, um einen besseren Effekt zu erreichen. Immerhin hat man es hier mit einem ganz anderen Medium zu tun. Das betrifft zum Beispiel auch wiederholte Gameplay-Abschnitte, in denen es vor allem darum ging, dem Spielenden die Mechaniken beizubringen oder einfach Spaß zu haben. In der Adaption wird es insgesamt weniger um die Hardcore-Action gehen und mehr um das Drama zwischen den Charakteren. Mehr will und kann Druckmann allerdings noch nicht verraten. Wann die Serie starten soll, ist noch nicht bekannt. Während man bei einem geradlinigen, storylastigen Action-Adventure durchaus nachvollziehen kann, wie man daraus eine Serie oder einen Film machen will, liegt die Verbindung zwischen der offenen Lebenssimulation Animal Crossing New Horizons und ausgerechnet einem Horrorfilm jetzt nicht ganz so nahe. Aber genau das ist Don't Peek. Es handelt sich um einen Horror-Kurzfilm, den Regisseur Julian Terry während der Quarantäne gedreht hat. Der Kurzfilm wurde letztes Wochenende auf der South by Southwest Online präsentiert und erregte dort die Aufmerksamkeit des Wanted-Produzenten Timur Bigman-Bitov, der ihnen nun zu einem Abend füllenden Spielfilm machen möchte. In Don't Peek geht es um eine Frau, die nachts im Bett Animal Crossing New Horizons spielt, während um sie herum komische Geräusche und gruselige Dinge passieren. Im Spiel bittet eine Kreatur namens Zozo darum, aus dem Spiel herausgelassen zu werden und ich werde einfach nie wieder schlafen. Und eine weitere Meldung haben wir noch rund um Filme in der Videospielwelt. Resident Evil, eine der OG Videospiel-Verfilmungen bekommt einen Reboot. Der neue Film heißt Resident Evil Welcome to Raccoon City und soll auf den ersten beiden Spielen der Serie basieren. Während die ersten Filme der Serie eigene Handlungen und Hauptcharaktere hatten, wird Welcome to Raccoon City die Figuren aus den Spielen beinhalten. Claire Redfield wird von Kaya Skolderarios gespielt, die kennen wir aus Mace Runners. Chris Redfield von Robbie Ammer, der spielte zuletzt in Code 8 mit, Jill Valentine von Hannah John Kamen, sie spielte 2018 Sophie in Tomb Raider und Leon Kennedy von Evan Jovian, er hatte zuletzt im neuen Zombieland eine Rolle. Auch die Orte im Film dürften Fans bekannt vorkommen, es wird in der Spencer Mansion und der Polizeistation des zweiten Teils spielen. Autor und Regisseur Johannes Roberts sagte, das Remake von Resident Evil 2 hätte einen sehr großen Einfluss auf seine Adaptionen gehabt. Resident Evil Welcome to Raccoon City soll noch dieses Jahr im September in die Kinos kommen. Das nächste Spiel der Serie, Resident Evil Village, soll am 7. Mai für PC, Playstation und Xbox kommen. Vom 8. bis zum 11. April gibt es außerdem eine offene Beta für den Multiplayer-Modus Resident Evil Rewards. Sony Interactive Entertainment und das E-Sport-Unternehmen RTS haben gemeinsam die Evolution Championship Series übernommen. Die Co-Founder von Evo, Tom und Tony Cannon werden weiterhin beratende Rollen in der Veranstaltung des E-Sports Events haben. Dieses Jahr wird das Turnier als Evo Online, komplett online stattfinden. Die Matches werden vom 6. bis zum 8. und vom 13. bis zum 15. August ausgetragen. Teilnehmende aus Europa, Asien, Nord- und Südamerika werden in Tekken 7, Street Fighter V, Champion Edition, Mortal Kombat Elf Ultimate und Guilty Gear Strive gegeneinander antreten. Alle Spiele werden natürlich live übertragen. Seit ein paar Jahren ist es gar nicht mal so leicht, an eine aktuelle Grafikkarte zu kommen. Die extrem hohe Nachfrage für den Mining-Markt treibt die Preise teilweise extrem in die Höhe und das Angebot kann die Nachfrage nicht decken. Auch weil Menschen, die Kryptowährungen abbauen, meistens etwas mehr Kapital haben als diejenigen, die einfach nur einen Gaming-Rechner zusammenstellen wollen. Aber das könnte sich eventuell bald ändern, denn vor ein paar Wochen hat Nvidia eine spezielle Grafikkarte für den Mining von Kryptowährungen angekündigt. Viele Informationen gibt es rund um diese neue Karte noch nicht. Nun hat sich allerdings ein bekannter Leaker auf Twitter geäußert und den A100-Chip in diesem Kontext ins Gespräch gebracht. Grafikkarten, die auf diesen Chip setzen, sind derzeit allerdings unverhältnismäßig teuer. Und dabei schneidet die PCI Express-Variante für 10.000 Euro nicht mal in allen Bereichen besser ab als die aktuelle RTX 3090, die auf einem GA102-Chip basiert und derzeit zwischen 2.500 und 3.000 Euro kostet. Eine spezielle Mining-Grafikkarte könnte aber durchaus bessere Leistungen erzielen als eine Gaming-Grafikkarte. Außerdem könnte es auch sein, dass Nvidia die Architektur der RTX so verändert, dass sie für Miner uninteressant wird. Unser GameStar-Hardware-Experte geht allerdings leider nicht davon aus, dass eine spezielle Mining-Grafikkarte kurzfristig die Verfügbarkeit für uns verbessert. Ein Spiel für zwei Konsolengenerationen gleichzeitig entwickeln zu müssen, ist scheiße. Das sagt Thomas Puha, der Communications Director von Remedy Entertainment. Um genau zu sagen, hat er It Sucks gesagt, aber ich hab mir da jetzt ein bisschen dolmetscherische Freiheit herausgenommen. Du musst die alte Generation unterstützen, sicherstellen, dass alles geht und dann ist alles, was du für die nächste Generation machst, von den Entscheidungen eingeschränkt, die du vor Jahren für die Vorgänger getroffen hast. Das sei auch der Grund, warum PS5 und Xbox Series X-Spiele im Moment nicht so gut aussehen, wie sie es könnten. Es wird Spiele geben, die diese Erwartungen erfüllen, aber eben erst, wenn keine Rücksicht mehr auf die vorherige Konsolengeneration genommen werden muss. Remedy hat zuletzt Control auf den Markt gebracht, das 2019 für Playstation 4 und Xbox One erschien und im letzten Jahr für die neue Konsolengeneration neu aufgelegt wurde. Dieses Upgrade habe extrem viel Zeit gekostet, sagt Puha. Und man hätte eine ganze Menge Kompromisse eingehen müssen. Das Studio könnte noch Monate, wenn nicht noch ein Jahr daran arbeiten, aber darunter würden wiederum die nächsten Projekte leiden, an denen die Teams jetzt arbeiten sollten. Und zum Abschluss habe ich noch ein neues Bild für euch. BioWare hat nämlich eine weitere Konzeptzeichnung für Dragon Age 4 veröffentlicht. Christian Daly, Executive Director des Spiels, teilte das Bild auf Twitter, nachdem der Creative Director Matthew Goldman vorgeschlagen hat, den Fans etwas zu zeigen, während sie auf handfeste Neuigkeiten warten. Auf dem Bild sehen wir wohl den neuen Magier, denn Goldman retweetete das Bild mit dem Satz, wir treffen uns in Mirathos, was die Hauptstadt von Tevintha ist, die Heimat der mysteriösen Magier. Und das war's wieder mit den News für heute. Morgen begrüßt euch hier wieder der Michi, vergesst also nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr ihm zeigen wollt, wie sehr ihr ihn vermisst habt. Außerdem könnt ihr hier das wirklich großartige Video von ihm zum Fall von Anthem anschauen und gerne einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr mehr solche aufwändigeren Videos haben wollt. Oder hier gibt es außerdem noch einen kleinen Ausblick auf die Releases der kommenden Woche und einen Rückblick darauf, wie sehr ich mich aufs Wochenende gefreut habe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ganz viel Spaß und guten Loot!